Mami? Mami? Ja 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 Bewegungssensor, Foto, EMF Steven Taylor und geht als Gruppe Stevie Boy Stevie Bibi Okay, Speed Run Wieso regnet es denn, Foto? Das ganze Equipment nicht, ne? Legs einfach drauf an, so wie ich immer In Wirklichkeit Ich glaube ich hab den Raum schon, ich hab Step gehört Was sagen die Temperaturen? Die Temperaturen sagen das nicht Ich hab aber wieder ein Step gehört Da bin ich immer eben 12 Ja doch, müsste eigentlich dieser Raum sein, weil Tür, Steps Aber hier ist zu warm Aber jetzt hat er was geworfen Wenn der Pantoffeln nach mir wirft der Kulti, ey Oh 10 Grad Könnte, könnte jetzt runter gehen, mal gucken Na gut, wir können ja weiter gucken, wegen Knochenbeweis und so Aber ich glaube es ist der Raum War es bei 10 Grad? Ja, knapp 10 Grad war es Kulti, bestimmt Kannst du zu mich hören? Wo bist du? Wo bist du? Geisterbox ist da oben Hier Schreib ins Buch Schreib ins Buch Ich wollte diese, äh, ich pohle einen Weil der Kai hat Ich glaube ich schon auf dem Weg, jaja Hier 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 Schreib, schreib ihnen das Buch Okay, er schaut nach Ortwüttel rüsst Geschichte Musik Ich hab nix gefunden bisher, nur Knochen Haben wir nur zwei Fotos dabei? Ne, ich hab eins ziemlich scheiße reingeworfen Oben in dem Regal, oben in dem Regal Ah ok, ich sehe uns Wie, willst du noch irgendwelche Beweise? Alles außer Fingerabdruck, oder? Ne, und Box haben wir Ja, haben wir Knochen Ja, Box haben wir ja Knochen haben wir ja Also wir brauchen hochgefriertemperatur Oder... Oh Stopp Bis jetzt noch nicht gesehen, Kai, deine Sanity ist super low Ja, er wollte auch grad glaub ich irgendwas machen Aber ich hab ihn leider nicht gesehen Gut, Gefrier können wir ja eigentlich ausschließen Also Orbs oder... Oh Ok Schreib ins Buch Wo bist du? Wo bist du? Wir Zeig dich Schreib ins Buch Bewegungssensor müsste jetzt funktioniert haben Und EMF theoretisch auch Und EMF theoretisch auch Wo bist du? Wo bist du? Schreib ins Buch Bitte Zeig dich Schreib ins Buch Ok, es hat nur das mit dem EMF funktioniert Der Bewegungssensor noch nicht Und das Foto brauchen wir auch Warum geht der Bewegungssensor? Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich Wie geht es dir? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Wo bist du? Wo bist du? Wir haben ein Geisterbuch Sehr gut Zeig dich Zeig uns deine Anwesenheit Zeig uns deine Anwesenheit Ja, vielleicht müssen wir mal kurz raus Und die Tür zu machen Weil es war ja immer jemand Ja, ich komm ja Zeig uns deine Anwesenheit Bist du hier? Ich probier's nochmal Ich mach jetzt hier richtig DER Ziel Ich hole aber ne neue Kamera Die hat nur noch zwei Fotos Oh, hat jemand da Ok So geht Hey, hast du nochmal Pille genommen? Nö Sollte ich? Ja, ich bringe Karte welche hier Du kannst mir gar nichts Ich hab grad Drogen genommen Zeig dich Zeig dich Komm her Eins gegen eins Mach dich fertig Junge Hand Angst Oh mein Gott Hab ich Angst Ach du meine Güte Hab ich Angst Kill Hand Angst Zeig dich Wie die Wie hieß der? Wie hieß der? Das ist Steven Taylor Steven Taylor Steven Taylor Steven Taylor Steven Taylor Zeig dich Steven Taylor Hand Angst Fuß Ich hab mal wieder was für dich geholt Für deine Fetische Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht auch einfach lassen sollten, weil wir wissen ja, was ist Ich weiß nicht, es ist komplett ein Experts Ich weiß nicht, es ist komplett ein Experts Ich hab einen Schuh für dich mitgebracht Mach den zu Der rollt immer wieder zu Da hat der Frosch seinen Ball gefangen Du bleibst hier, Freundchen Richtiges Spielkind Oh, 120 Dollar Whereisa Leib Wir Die